Schau Monster bei der Arbeit im Disney Channel. Ich zeig euch schrecklichen Monstern, wie man witzig ist. Jetzt viel Spaß bei Mikes Comedy Class. Okay, 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 ihr künftigen Scherzer, Konzentration, bitte, Konzentration. Heute begutachten wir die Leistungsfähigkeit dieses runden, blasenartigen Objekts, das die Menschen Furzkissen nennen. Wie ihr seht, hab ich es schon aufgeblasen, streng nach Anleitung und platziere es jetzt auf dem Hocker. In Erwartung der Comedy. Gleich geht's los. Seht genau hin. Das wird zu köstlich. Gleich kommt sie. Die Comedy. Sollte aber funktionieren. In der Gebrauchsanweisung steht, vollständig aufblasen. Sie haben's kaputt gemacht. Monster bei der Arbeit, die neue Serie ab 8. April im Disney Channel.